Um eine konkrete Entscheidungsgrundlage für die Planung und Durchführung von Wohnungsbau-, Gewerbe- oder Einzelhandelsansiedlungen zu schaffen, lassen sich mit ProjektCheck grundlegende Vorprüfungen in bis zu sieben Wirkungsbereichen einfach und kostenfrei durchführen. Mit Wirkungsbereich Verkehr im Umfeld lassen sich zusätzliche Verkehrsbelastungen, die im unmittelbaren Umfeld eines Standortes auftreten könnten, frühzeitig erkennen. Da neue Wohn- und Gewerbegebiete an das bestehende Straßennetz angeschlossen werden müssen, verändern sich die lokalen Verkehrsflüsse zwangsläufig. Insbesondere der Auto- oder Schwerlastverkehr kann dabei zu Zusatzbelastungen für die Anwohner führen und Widerstände gegen das Bauvorhaben hervorrufen. Der Verkehr, den ein neues Baugebiet erzeugt, muss möglichst verträglich für das Umfeld abgewickelt werden. Die Leistungsfähigkeit des angrenzenden Straßennetzes muss gesichert sein und damit ein Baugebiet genehmigt werden kann, muss die Erschließung gesichert sein. Dazu gehören auch die Einhaltung der Lärmgrenzwerte, die durch den zusätzlichen Verkehr nicht überschritten werden dürfen. Um die möglichen Auswirkungen durch zusätzlichen Verkehr früh zu erkennen, lassen sich im ProjektCheck eine beliebige Anzahl an Zielorten außerhalb des Plangebietes festlegen, von denen der Anwender annimmt, dass sie für die späteren Bewohner, Arbeitnehmer oder Kunden eine Rolle in der Alltagsmobilität spielen werden. ProjektCheck ermittelt dann den voraussichtlichen Fahrweg. Überlagerungen dieser Fahrtwege geben erste Hinweise darauf, wo Zusatzbelastungen durch die Verkehrsflüsse auftreten und ermöglichen frühzeitige Gegenmaßnahmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017